Auf F folgt G. Das ist nicht nur im Alphabet so, sondern auch bei BMW. Der neue BMW 5er mit dem internen Code G30 löst ab Februar 2017 den F10 ab. Die siebte Generation des 5ers orientiert sich optisch stark am großen Bruder 7er und übernimmt von der Luxuslimousine auch viele technische Lösungen. BMW verspricht für den neuen 5er mehr Platz auf der Rückbank und einen noch besser gedämmten Innenraum im Vergleich zum Vorgänger F10. Neu im 5er sind die optionalen Komfortsitze mit 8 Massageprogrammen. Alle weiteren Highlights beziehen sich hauptsächlich auf die Assistenzsysteme. Denn der 5er kann sogar mehr als der 7er. Zu den verfügbaren Helfern gehören, teils natürlich gegen Aufpreis, ein Lenk- und Spurführungsassistent im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 210 kmh, ein Ausweichassistent, der bei einem Spurwechsel bis 160 kmh unterstützend eingreift, sowie eine Querverkehrs- und Seitenkollisionswarnung, die den Fahrer bei einer drohenden Kollision mit einem Lenkeingriff unterstützt. Auch der aktive Tempomat arbeitet zwischen 0 und 210 kmh, bremst bis zum Stillstand und fährt automatisch wieder an. Allerdings situationsabhängig, die Wiederanfahrzeit kann sich bis auf 30 Sekunden verlängern. Der 5er bietet noch ein neues Bediensystem, verfügt jetzt je nach Ausstattung auch über ein Touchscreen mit einer im Vergleich zum 7er erweiterten Gestensteuerung. Das gestochen scharfe Head-Up-Display besitzt künftig eine um 70% vergrößerte Fläche. Die beste Nachricht lautet aber, der iDrive-Controller ist geblieben und damit auch die Übersichtlichkeit, die schöne Grafik und die Logik des Menüs. Für die richtige Durchsicht sorgen serienmäßige LED-Scheinwerfer bei allen Ausstattungslinien. Auf Wunsch sind auch adaptive LED-Scheinwerfer erhältlich. Erstmals ist im 5er die Integral-Aktivlenkung mit dem Allradantrieb X-Drive kombinierbar. Auch das Fahrwerk haben die Ingenieure für die Limousine komplett neu konstruiert und dabei ist ganz bewusst auf ein Luftfahrwerk, wie es die Mercedes E-Klasse bietet, verzichtet worden. Zugunsten der Sportlichkeit heißt es. Schließlich soll der neue BMW 5er die sportlichste Business-Limousine der Welt sein. Zum Marktstart am 11. Februar 2017 bringt BMW die neuen 5er mit vier Motorisierungen. Im Angebot sind die zwei Benziner 530i und 540i sowie zwei Diesel 520d und 530d. Mit Ausnahme des 520d sind alle Motoren serienmäßig mit der 8-Gang-Steptronic ausgestattet. Den kleinen Selbstzünder gibt es ab Werk mit einer 6-Gang-Handschaltung. Der Allradantrieb X-Drive ist optional für alle vier Motorisierungen erhältlich. Bereits im März schiebt BMW einen Plug-in-Hybriden für die Oberklasse-Limousine nach. Das günstigste Modell, der 520d, startet bei mindestens 45.200 Euro. Zum Vergleich, eine Mercedes E-Klasse, 220d mit 194 PS und 9-Gang-Automatik, startet bei 47.124 Euro. Rechnet man also bei dem 520d noch rund 2.000 Euro Aufpreis für eine Automatik hinzu, liegen BMW 5er und Mercedes E-Klasse künftig preislich auf Augenhöhe.